Nach einem erfolgreichen Smart City Hackathon 2022 wird dieser Event am 1. und 2. September 2023 in die zweite Runde gehen. Wir freuen uns, unsere Stadt weiterzuentwickeln und dank dem Mitdenken von möglichst vielen unterschiedlichen Leuten aus unterschiedlichen Bereichen die allersmartesten Lösungen zu finden. Am Hackathon ist nicht nur technisches Know-how gefragt, sondern auch Kreativköpfe, Visionärinnen und vor allem Teamwork. Wie ich im 2022 lernen durfte, kann in lediglich 42 Stunden vieles erreicht und angestossen werden. Und ich darf jetzt, ein Jahr später, auf ein bereits umgesetztes Projekt schauen, das ohne Hackathon wahrscheinlich noch in den Kinderschuhen stecken würde. Also kommen Sie alle, bringen Sie Ihre Sichtweise auf ein Problem mit und sind Sie ein Teil des Wetzigen von morgen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.